Das Haus, zu dem wir jetzt fahren, im Übrigen, das befindet sich gerade in der Sanierung. Der Eigentümer hat uns gerufen, weil einige seiner Handwerker sich schon weigern, in dem Haus zu arbeiten. Manche von denen haben eine Frau gesehen, welche immer wieder dann direkt verschwunden war, haben schon Geräusche gehört, merkwürdige Geschehnisse. Bisher waren das immer nur Einzelbeobachtungen, also die Arbeiter waren allein, wenn sie es gesehen haben. Also wir können nicht sicher sein, dass sie auch auf Gruppen reagiert. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. In dem Haus hat vorher eine Familie Jordan gewohnt. Die Mutter kam auf grausame Art und Weise ums Leben. Das war die Maria, also vermutlich heißt unser Geist Maria Jordan. Nach uns soll dann ein Team kommen, welches den Geist beseitigt. Je mehr Infos wir denen geben können, desto höher fällt unsere Gage aus. Also wenn wir ein Foto von einem Geist machen können, kriegt man nochmal extra Geld. Genauso für jede Geschehnisse, die wir dokumentieren. Alles klar. Beispielsweise sollte man mal schauen, ob sie vielleicht eine Kerze auspusten kann oder was sonst so durch die Gegend fliegt. Also wir sollten mal schauen, dass wir bei Geiste-Events eben Zeugen sind auch. Gut, dann bin ich mal gespannt. Auf geht's, ne? Let's go! Auf! 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 So, wollen wir meine Jungs? ich nehme direkt mal ein Licht mit und das Funkgerät irgendeiner an den MF Reader alles klar bis angekommen seid ihr bereit? jawohl ja ja wow was ist denn da los? was geht mit dem Besen? das ist crazy schauen wir if you're wrong nein nicht so dark hattest du den Namen gesagt von dem Geist? danke normal Temperatur normal Temperatur wow Geschmacksverirrung okay ich würde sagen vielleicht teilen wir uns ein bisschen auf das Haus scheint größer zu sein was? 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 was du scheiße was war denn? ich glaube es waren irgendwelche Schritte Schritte sorry oh man ich habe gedacht okay wie wäre es Roman wir gehen nach oben ja ihr zwei guckt nach unten alles klar ja ich komme gleich oh Gott hast du es gesehen? ich habe es gesehen es ist eine Ballbereitung alter Schwede alles klar gibst du den Raum und ich den? alles klar wieso geht wieso geht das nicht oh scheiße rund wieso geht das nicht wieso geht das nicht wieso geht das nicht wer ist gestorben? Rekuro da bist du ich bin da ich bin da sehr schön Ruch bist du da? ich bin da ich bin da verdammt dann hat es Juro erwischt da hier im Raum da ist Licht links im Schlafzimmer da liegt der gleiche von Juro oh je da liegt er Rekuro machst du das Bild von ihm? ja ich mache das Bild Ruch ja Ruch ok Juro liegt da unten in dem Raum drinnen hat er noch irgendwas wichtiges bei sich? hat Juro noch was wichtiges bei sich? er hat sich heute im Schlaf und war schon noch überwiesen ok 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 gut ok du warst doch mit Juro unterwegs ja wir waren oben auf dem Dachboden und dann sind wir hier über die Treppen gepflichtet ich bin da ins Bad gegangen ok warte mal dann geht ihr nochmal kurz hoch ich gebe dir mal den EMF Reader und dann geht dann hole ich schnell die Kerze aus dem Truck alles klar ok Ruch ich gehe mit dir ja ich habe eine Spillbox gemacht ich habe voll Bock nochmal da hoch zu gehen wo ich gerade gepflichtet bin das glaube ich dir mal schauen ob sie auf die Spillbox reporte ich ich komme hoch ich habe die Kerze dabei ok hier ich habe nichts die Kerze braucht es auch nicht die Tür ist zu oh mein Gott ich will ihn nicht wir haben nichts gesehen nur wie die Tür ist bewegt habt ihr UV-Licht dabei sind da Fingerabdrücke dran ja vielleicht würde das Licht tun ich weiß nicht oh mein Gott wir haben Fingerabdrücke ok ich mache gleich ein Bild ich schaue mal weiter nee hier ist nicht so oh mein Gott die Kerze wurde ausgepustet ja krass hier der Geist ist in dem Raum hier drin hat gerade die Kerze ausgepustet dmf ist ganz ruhig noch ok leichte Ausschlag mehr Ausschlag er wird aktiver oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh oh ok raus 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 oh Gott ich will raus ich will raus hier ich bin raus ich bin raus ich bin einfach nur noch raus oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja also nehmt ihr mal die kamera ich nehme hier jetzt mal das buch mit rein wo haben wir denn das buch und genau und dann schauen wir mal drinnen wie es weiter geht weil das kann es eigentlich nur noch sein geisterobst und buch so also gehe ich jetzt die treppe hoch und ihr kommt gleich so genau wir haben noch die wahl zwischen chin und wie heißt das ma 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 you my ding und ja bin ich jetzt allein mein gott drei experten okay ich lege schnell das buch rein ich lege schnell das buch rein so gut das buch liegt okay oh mein gott oh mein gott der geist leute leute der geist jagd er ist hinter mir scheiße er ist direkt bei mir oh mein gott mein gott das buch liegt im raum es kann nur noch buch oder geisterob sein es kann nur noch buchen das ist kein gutes zeichen oh nein oh man jetzt ist bush auch noch sogar seine schuhe wurden angeknabbert erst mal ein foto machen ja mach mal ein foto von der leiche hat er gesagt in seinem sein buch das buch hätte er ins zimmer gelegt oder alter langsam hasse ich diesen dachboden da liegt das buch guck mal ich sehe es gerade jagen 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 alter was okay ich mach doch mal ein foto ja okay okay das heißt wir haben wir haben alles drei beweisstücke wir haben alles aber wir wollten eigentlich noch kräte für usch mach ein foto mach ein foto mach ein foto haus 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 aber sie jagt uns nicht fall nicht über busch das versuche ich jetzt gar nicht oh mein gott schnell die tür zu ich will nicht dass der uns hinterher kommt okay safe so das heißt wir haben jetzt emf wir haben fingerabdrücke und wir haben geisterbuch geisterbuch also haben wir eine meiling ja eine meiling trägst du es noch ins journal ein ja mache ich ich brauche manchmal halt hat zwei leute verloren 2 ist schon echt bitter man 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 okay okay wir haben die sage abfahrt oder ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017